Hallo ihr Wastelander da draußen, hier ist mal wieder ne Neo und ich habe mal wieder was gefunden in Fallout 4 und zwar findet ihr das hier, hier haben wir Fort Hagen, da sind wir da, ArcJet Systems findet ihr genau hier an diesem Fleck, sieht so aus und wenn ihr da reingeht dann habt ihr hier ne Abschussrampe für Gasbuddeln wenn ihr das machen wollt, dann empfehle ich euch, dass ihr euch ne 10mm Pistole oder sowas nehmt ich habe es zuerst versucht mit einem MG oder sonst irgendwas, da fliegen die Gasbuddeln direkt hier an Ort und Stelle in die Luft aber wenn ihr da mit drauf schießt Wer vorlauf 4 Multiplayer mäßig feiert, hätte ich euch gesagt, wir treffen uns am Semester hier das war jetzt ein Epic Fail, würde ich das mal nennen so, hier laden wir nach und Munition haben wir ja einiges hier und ich muss sagen, es macht irgendwie unheimlich Spaß ich finde es so schade, dass die Munition irgendwann ausgeht ja, das war es mal wieder von mir und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Gasbuddeln in die Luft jagen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut dann geht's und Bis zum nächsten Mal.